Ich bin heute übrigens richtig gut in den Tag gestartet. Also ich schreibe mir ja Sonntag meist meinen Wochenplan. Und bin dann heute aufgewacht, die Schulkinder gemacht. Florian ist irgendwie gar nicht aufgeschaut. Ich weiß gar nicht warum. Ist auch egal. Schulkinder habe ich gemacht. Dann habe ich meinen Powercocktail getrunken. Dann habe ich Sport gemacht. Dann habe ich Dehnung gemacht. Dann habe ich Neurogenes Zittern gemacht. Atemübungen. Da war ich duschen. Dann kamen die Mädels zum Duschen dazu. Also die Kitakinder. Und habe Florian die netterweise in die Kita gebracht. Ich konnte dann direkt an den PC. Und konnte da direkt losarbeiten. Das war total... Achso Mensch. Und im Zoom-Call war ich nebenbei auch noch mit einem Ohr. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ein Hallo aus meinem super chaotischen Büro. Ich bin jetzt hier fertig und habe mir heute nämlich extra aufgeschrieben, dass ich mich bei euch melden muss. Wir waren ja jetzt noch mal eine Woche in Kroatien. Firmreise. Und ich und Florian war noch nie so lange von zu Hause weg. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Kann ich euch verraten. Zwischen es ist so schön einfach mal Paar zu sein. Und wir vermissen so furchtbar unsere Kinder. Wir waren noch nie so lange von zu Hause weg. Aber das hat ja alles super geklappt. Oma hatte alles im Griff. Und jetzt bin ich neben der Tür in meinem Büro. Und passt mal auf. Das hier ist meine Tür. Toll, oder? Aber ich mag es. So, ich habe hier nämlich gestern einen Putzbimmel bekommen. Zu eurer Erklärung. Wir sind Samstag wieder zu Hause gewesen. Und Sonntag war ich der Meinung, ich muss hier irgendwie ganz viel verändern und putzen und umstellen und so weiter. Ich habe hier nämlich mit Letto im Hintergrund in unserem Essbereich Steine bemalt. Und wir haben hier unseren Esstisch, der war leider kaputt, rausgeschmissen mit den Stühlen. Äh, beziehungsweise Stühle sind noch da. Den Esstisch haben wir rausgeschmissen und haben dann hier so große Schreibtische reingestellt. Ich zeige euch das gleich. Aber wir dachten, wenn wir die also hintereinander stellen, dann passen die hier in den Raum, geht aber nicht. Dann kommen wir nämlich hier nicht hin mit dem, mit dem Aufgang von dieser Treppe hier. Okay. Also haben wir die, ähm, ganz komisch an die Wand gestellt. Das sah ganz blöd aus. Und jedes Mal, wenn ich beim Steine über meinen nach oben geguckt habe, hatte ich diese Wand vor den Augen und ich dachte mir so, nee, das geht nicht. Jetzt ist es immer noch nicht viel besser, aber es ist ein bisschen einladender. Es sieht jetzt so aus. Es erinnert mich irgendwie immer noch an einen Pausenraum. Wenn ich an die BMW-Zeit zurückdenke, sieht aus wie ein Pausenraum. Aber nun gut, ähm, das soll keine Endlösung sein, aber eine, ähm, Lösung, womit ich momentan fein bin. Es sieht nicht mehr so kramisch aus, es ist ein bisschen ordentlicher. Und da hinten habe ich die Kommoden hingestellt und wie gesagt, das ist jetzt da hinten meine Tür. Der Florie war gerade einkaufen, hat hier neue Cornflakes und Müsli mitgebracht. Die werde ich gleich mal verräumen mit euch gemeinsam. Und ja, ansonsten, hier soll noch ganz viel passieren. Also ein ganz anderer S-Bereich hin. Die Wände müssen gemalert werden. Und dann wollte ich irgendwie was Schönes aus Echtholz, was aber gut versiegelt ist. Vielleicht lieber mit Bänken als mit Stühlen. Gar nicht so einfach was in der großen Größe zu finden. Man könnte aber natürlich auch einfach, wenn es einen Tisch mit Bänken gibt, diesen zweimal holen. Ich will auf jeden Fall was Stabiles, was dann wirklich auch viele Jahre hält. Aber dafür muss ich ehrlich gesagt erstmal sparen. Nicht weiter dramatisch. Wir gehen mal weiter. Ja, denn ich habe hier oben auch mit den Mädels gestern, die wollten umstellen. Dann habe ich mich natürlich hinreißen lassen und dazu helfen. Und kann ich euch auch mal zeigen. Ich muss hier jetzt nämlich einmal alles saugen und wischen. Hier ist jetzt Shanika und Skyli drin. So sieht das Ganze aus. Die haben heute Morgen sogar mal ihr Bett gemacht. Keine Ahnung. Sie haben mir das sogar freudestrahlt erzählt. Sie wissen nicht, was mit ihnen los ist. Sie haben sogar ihr Bett gemacht. Genau. Ähm, und so sieht es jetzt hier aus. Sie haben hier ihr Hängesesselchen. Dann haben sie ihre Couch. Dann ist das Bett jetzt hier hingewandert. Das stand schon überall im Raum. Das wird immer wieder verschoben. Das ist das andere Bett. Und dann haben wir hier natürlich hinten noch die Hoverboards. Sitzmöglichkeit. Schmink, Tische. Fernseher ist natürlich auch am Start. Und ganz die Beauty-Kram von Shanika. Kleiderschränke sind bei uns ja draußen. Die sind hier im Flurbereich. Einmal hier ist Skyli. Und einmal hier ist Shanikas. Genau, und dann haben wir hier unseren Spielflur. Der jetzt natürlich dann auch wieder mehr genutzt werden wird. Weil das Wetter natürlich jetzt nicht mehr so im Garten einlädt. Mir fehlt hier irgendwie ein Stapelstein. Ich bin auf der Suche der Grüne. Der ist irgendwo unterwegs. Dann haben wir hier ja unsere Sensorikplatten. Da war auf dem einen hier hinten alles voller Nagellack. Da habe ich dann gestern erstmal geschrubbt wie eine Verrückte. Auch der eine Schrank war irgendwie voll. Wenn Shelby hier nämlich Nagellack in die Hände kriegt, dann ist alles voller Nagellack. Dann haben wir hier noch die Verkleidungskiste. Ein bisschen Duplo, ein paar Bücher. Küche, Puppenhaus, die Riesenbausteine. Ein bisschen was an Zubehör für das Puppenhaus. Hier unten liegt aber auch einiges drin. Dann haben wir hier noch diese Klettermöglichkeiten und ein paar Stoffbausteine. Genau, hier hinten geht es ja in Rino sein Zimmer. Da gibt es aber gar nicht viel zu sehen, weil Rino ist bei uns minimalistisch. Der hat eine Couch, ein paar Schränke, ein Fernseher, eine Playstation, ein paar Bilder. Das war es. Der will nichts. Also der ist einfach so. Da musste ich mich auch erstmal die Jahre dran erinnern. Einen Kleiderschrank hat er immerhin. Und Manny ist ja hier oben. Wir haben gestern hier alle ein bisschen aufgeräumt. Der hat hier ja sein Reich mit Couch und Schreibtisch und Bett. Und hier natürlich auch Playstation 5 und sowas, was die Kitties halt in dem Alter so haben. Jedenfalls seht ihr hier, ist dieser Raum schon viel belebter, weil Jemaine ein ganz anderer Charakter ist. Genauso wie Schanik und Skylar. Die haben immer gerne viel Kram. Aber Serino ist da komplett anders. Sie haben da oben auch noch diese Dinge herangehangen. Das war eigentlich immer von Skylar hier im Bett. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Muss mir aber auch nicht gefallen. Sondern den Kitties, genauso wie sie hier den Vorhang. Seht ihr den Lichter vorhang? Einfach mit einem Raum. Aber nun gut, sie sind happy. Jedenfalls muss ich hier alles sagen und wischen. Und dabei nehme ich euch mal mit, weil ich vermehrt gelesen habe, dass ihr euch so Putzvlogs wünscht. Genau. Gucken wir mal, was der Florie so treibt. Hallo. Der ist nämlich passend zum Putzvlog auch schon am Machen. Der macht Geschirrspüler, richtig. Und war auch schon einkaufen, während ich im Büro war. Hier wird alles fein eingeräumt. So ein fleißiger. So, und hier, ja, das kennt ihr von zu Hause, ne? Einfach einmal ausräumen, beziehungsweise einmal nicht. Wie oft tragen wir die Geschirrspülmaschine aus? Flori, das Job ist das? Dreimal am Tag, ne? Verrückt. Ach cool, wir haben nachher so das Triebflaschen. Die sind auch gut. Im Flur muss ich die Teppiche alle wieder hinlegen. Die hat Oma, als wir nicht da waren, alle weggeräumt. Und die lege ich wieder hin. Und da muss ich auch einmal Ordnung machen. Das ist das Kinderzimmer der Kleinsten. Ist halt ein Kinderzimmer. So sieht es halt auch aus, ne? Einmal Ordnung machen. Alles einmal durchsaugen und durchwischen. Aber ansonsten ist hier wirklich relativ clean, weil wir ja gestern, wie gesagt, ganz viel geputzt haben. Gut, meine Couch sieht auch aus, als hätte man da drauf eine Party gefeiert. Wird ja auch quasi täglich. Ich habe hier hinten noch meine Kristalllampe an. Guck mal, wie schön die aussieht. Die finde ich total toll. Die gibt es beim Action. Nicht alle Kristalle. Ich glaube, zwei habe ich dazu gelegt. Aber ansonsten gibt es da bis auf zwei Kristalle alles als Pack gerade. Ich weiß aber nicht, wie teuer das ist. Und ein paar neue Kerzen habe ich hier auch. Immer wenn die leer sind, dann mache ich da meist einfach Teelichter rein. und benutze das Glas einfach weiter. Und hier drüben genau das Gleiche auch. Sarino war hier sehr kreativ. Der macht nämlich gerade so ein Praktikum. Da hat er das gemacht. Und diese Buchstaben. Total schön. Genau. Na gut, dann legen wir los. Genug gequatscht. Das letzte Teil, was nach oben kommt. Die Kamera und der Wischer. Ich habe schon einmal einen Staubsauger hier parat gestellt. Und Florie macht, glaube ich, draußen mittlerweile. Derweil, wollte ich sagen. Lass mal Luft holen. Hoch und hoch und da. Die Terrasse. Bei, da stehen ja noch unsere ganzen Gartenmöbel. Und, ja, wir wollen natürlich vor dem Herbst ein bisschen schützen. Wenn ich das hier einmal alles ruhe mit euch zusammen. Ruhe. Damit wir hier gleich in Ruhe wischen können. Ich bin heute übrigens richtig gut in den Tag gestartet. Also ich schreibe mir ja Sonntag meist meinen Wochenplan. Und, boah. Bin dann heute aufgewacht. Die Schulkinder gemacht. Florie ist irgendwie gar nicht aufgeschnappelt. Ich weiß gar nicht warum. Ist auch egal. Schulkinder habe ich gemacht. Dann habe ich mit Powercocktail getrunken. Dann habe ich Sport gemacht. Dann habe ich Dehnung gemacht. Dann habe ich Neurogenes Zittern gemacht. Atemübungen. Dann war ich duschen. Dann kamen die Mädels zum Duschen dazu. Also die Kitakinder. Und habe Florie die netterweise in die Kita geboren. Ich konnte dann direkt an den PC. Und konnte da direkt losarbeiten. Das war total. Achso, Mensch. Und im Zoom-Call war ich nebenbei auch noch mit einem Ohr. Weil der um acht halt angefangen hat. Und ich viertel vor acht versucht habe, da reinzukommen. Aber der war so voll, dass es einfach kein Platz mehr war. Und dann bin ich erst so zur Hälfte. Ich glaube so um 8 Uhr 50, 8.45 Uhr bin ich da erst reingekommen. Dann habe ich es mit einem Ohr gehört. Und in einem anderen Ohr habe ich die Kinnis gemacht. Weil es so spannend war. Naja. Jedenfalls ist schon richtig viel erledigt. Jetzt wie gesagt Büro. Eigentlich fertig ist man da nie. Aber einiges hinbekommen. Und jetzt einmal saugen und wischen. Ich gucke nur so, ob ich vorher irgendwas hochheben muss. Sonst bin ich da nur am Fummeln dabei. Ich nehme euch natürlich im Zeitraffer mit. Das ist ja sonst super langweilig für euch. Aber falls ihr irgendwo eure Motivation findet. Und auch noch saugen müsst. Wir machen es zusammen. Let's go Mädels. Das habe ich! Ich nehme euch die! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Stop me in the night like I am leaving all the bad stuff And trying to remain so strong I know it's good if I'm alone I got it, I got it Go, go, go Running into better times Go, go, go Throw my emotions out Go, go, go Running into... Ähm, war schon wieder Akkuleer, ne? Ich und diese Kamera wären einfach keine Freunde. Ähm, ich bin jetzt oben eigentlich noch beim Saugen, muss er auch meinen Akku holen Habt ihr sehen, die geht jetzt schon voll voran Jano ist hier schon voll am, ähm, abbauen Tischdecken weg, Stühle zusammen hier Äh, Katzen Ja, die essen auf den Tisch Lohnt sich Hinten ist noch eine Lichterkette an Die müssen wir gleich mal ausmachen Ja, aber da müssen wir mal gucken, ob denn hier gar nichts ist zum Sitzen Oder haben wir noch diesen alten Plastiktisch Ist das gar nicht mehr? Äh, ich bin dann, glaub ich, hinten drin Muss ich mal gleich gucken, wenn ich... Gedächtnis wie ein Sieb Naja, ich mach oben schnell weiter Ich sag's euch Meine Haare stehen mit Züberg Achso, das machen wir nachher auch noch hier Wollte grad sagen, erinnert mich dran, aber Ha So, das geht ja leider nicht Äh, wir sind hier nicht live, ne? So, wird weiter gesaugt, weiter gewischt Und, ja, muss ich hier oben eigentlich auch nicht machen Ich hab noch einen Lappen mit für so ein bisschen Oberflächen Geht ja ganz schnell Oh, da hab ich fertig Ich trag den jetzt hier einmal runter Äh, und hol gleich neue Bettwäsche Also, die Mädels haben schon neue Bettwäsche Das haben wir gestern gemacht Uh, die brauchen jetzt nicht Schon wieder neue Aber die, oh Gott, ich seh' ausgleichen Ich steh' ja ins Haar ab Ähm Aber die Jungs brauchen einmal neues Bettzeug Wir haben hier unter der Treppe Einen Schrank und eine Kommode mit Ähm, Bettzeug für die Kiddies Wobei manches landet auch manchmal noch bei mir im Schrank Da wundere ich mich, dass nichts mehr reinpasst Das muss ich auch einmal aussortieren Man ist generell in der Großfamilie irgendwie immer am Sortieren Damit man eine Struktur beibehält Und, genau, bei den Jungs mach ich das jetzt einmal neu Problem ist nur Wir haben mehr Mädchenbettwäsche als Jungsbettwäsche Ohne Zahn, das ist neutral, oder? Was sagt ihr? Und jetzt hat es neutral Das mache ich jetzt einfach mal Oh, was haben wir hier noch? Oh, oh Ist bestimmt nicht mehr ganz so aktuell Aber Adventures Geht auch Ey, sogar beides Ist das passende dazu? Ich kann's nicht fassen Ich hab sogar was passende davon Wahnsinn Bettlaken wäre noch super Pink hätte ich im Angebot Hier ist ein blaues Dann einfach das blau Aber bevor ich jetzt das Bett beziehe Oder die Bett hin Wisch ich schnell Kann ich einmal die Fenster auch nebenbei aufreißen Leg ich hier kurz hin Wupp Will ich auch nochmal so ein Schreibtisch stehen Für die Mädels So Einmal Fenster auf Hoppala Und Hier drüben auch Perfekt Bei Manny auch Bei Manny Manny musste ich so ein bisschen lachen Ich hab ihm gestern gesagt Das ist ja noch auf seine Decke lieber Auf seine Couch Die man in der Decke machen soll Wegen Flecken Ähm Weil die ja doch immer so anfällig sind Couch, ne Und dann Sag ich, ich weiß nicht wo Ich sag, geh mal unten gucken Im Wohnzimmer Im Bettkasten Bei der Couch Da sind Decken Da ist eine grüne Die passt auch in dein Zimmer Okay Er holt sich die Und Stunden später Sag ich zu Flo Wo ist denn mein Geschäftshandy Ich finde einfach mein Geschäftshandy nicht Und irgendwann Saß ich denn da Bin das nochmal alles so durchgegangen Und hab gesagt Ich weiß wo es ist Ich hab Manny gesagt Der soll sich eine Decke holen Aus dem Bettkasten Und Auf der Couch lag mein Handy Und es ist bestimmt Runter an den Bettkasten gefallen Als er es hoch gemacht hat Und im Bild hab ich geguckt Da lag das wirklich im Bettkasten Verrackt Du bist wahrscheinlich eine Hexe Und dann hab ich ihm es heute Morgen erzählt Er sagte Ach, das war das Geräusch War erst mal stundenlang das Geschäftshandy weg Ehe ich darauf gekommen bin Naja So Einmal schnell wüscheln Und dann haben wir es auch schon Achso Hier im Flur würde ich auch die Fenster Einmal alle aufreißen Umso schneller Trocknet Das hier Perfekt Marino auf In der Hoffnung Bis es jetzt nicht regnet Und nicht vergessen Die Fenster zu schließen Das wäre so der Klassiker Hier liegen wir ein paar Haustuschis Die packen wir mal hier nach oben Arbeitsaufteilung Ich hab jetzt hier das Bett mal bezogen Bei Manny und Parino Da hinten Und Flori hat in der Zeit gewischt Umso schneller waren wir jetzt Fertig Jetzt hat er hier eben noch einen halben Wassereimer ausgekippt Aber es ist nicht so schlimm Das hat Flori Jetzt muss das hier einmal alles Trocknen Und dann ist das alles wieder Clean Sehr sehr gut Diese ganzen Streifen Die man hier sieht Seht ihr das? Kriegen wir nicht mehr weg Die Kinder sind mit dem Hoverboard hier hin und her gefahren Und hatten mächtig Spaß Ja Leider Gottes geht es jetzt aber nicht mehr ab Wenn ihr da irgendwie Tipps habt Für diese Bremsspuren Die sich hier über den ganzen Boden ziehen Dann gebt da gerne mal Bescheid Ich nehme mir jetzt hier die Wäsche Und dann jetzt ab dem Keller Da wartet generell ganz viel Wäsche So Da wartet generell ganz viel Wäsche Ich jetzt alles? Ja Die ist aber schon sortiert Die Wäsche macht bei uns ja hauptsächlich unser Dings Der muss uns echt mögen Wenn man freiwillig bei einer Großfamilie die Wäsche macht Also sortieren und waschen Jedenfalls Ich brauche ein paar Schuhe Habe ich den jetzt nur Einen Tag gesehen So ein bisschen Weil Der jetzt beruflich unterwegs ist Ich glaube zwei Tage Und Deswegen muss ich jetzt die Wäsche selber waschen Aber das kann ich ja Das ist ja kein Problem Ich habe mir das einmal erklären lassen Wie er das hier sortiert hat Ja Hat er nämlich teilweise hier schon sortiert Und hier unten auch in den Körben sortiert Und damit ich den Überblick habe Habe ich mir das gestern nochmal alles zeigen lassen Und da kommt jetzt noch die ganze Bettwäsche hinzu Herzlichen Glückwunsch Alle Maschinen laufen Perfekt Kann ich da auch einen Haken hinter machen Zumindest für zwei Stündchen Dann kann ich da wieder runter und von vorne anfangen So ihr Lieben Ein bisschen durchgeschwitzt Aber ein bisschen was geschafft Sehr sehr gut Für den Montag Ja ihr Lieben Das war es auch schon Mehr haben wir euch gar nicht zu erzählen Ich habe doch Hast du die fertige Wielanlage jetzt gezeigt? Achso nee Das kannst du noch machen Entschuldigung Okay Let's go Let's go Seid gespannt Seid gespannt Einmal leer So Müll haben wir jetzt noch Alles was vom Tisch war Habe ich jetzt da in die Box reingemacht Ich habe da glaube ich auch ein Spinnnest gefunden Ich weiß es nicht Ich habe einfach schnell wieder alles rein und zu gemacht Das war mir ein bisschen suspekt Ja ansonsten Veranda ist leer Die Lichterketten bleiben glaube ich dran Richtig Ja Und jetzt muss ich noch gucken Oder wir holen bei Thomas Phillips Vielleicht kosten 20 Euro So ein Tisch mit Stühle Ich glaube nicht ob wir die noch haben Weil die waren glaube ich komplett Plastiktüche Ja Komplett Außer wenigstens was zum Sitzen hier haben Weiß ich meine Ja Aber ansonsten Wie gesagt Eine Menge geschafft Also schon mal gefilmt Für meine schicken sexy Wollsocken Schön ja Im September So muss das sein Oder So stimmen wir uns alle einmal Gemeinsam in den Herbst ein Exakt Pool müssen wir noch lernen Die nächsten Tage Ja Und so ein bisschen hier was wegräumen Hier liegen teilweise noch Die Schwimmutensilien im Garten rum Ja Garten ist Ich glaube nicht dass irgendeiner noch Bei dem Wetter in den Pool mag Aber Garten ist generell zur Zeit Ja Baustelle halt Ja man sieht es im Hintergrund Das ist eine riesen Baustelle Und wir hoffen dass es weitergeht Übrigens ist meine Ausbeute von oben Gar nicht immer so dolle Ich habe zwei Löffel gefunden In den Kinderzimmern Zwei mehr Immerhin ne Mangelware Ihr wisst was es heißt Wenn man Löffel findet Man freut sich ein Cola-Keks Das ist nicht am Bild von dem da mit sind Wenn man sich tagelang immer gefragt hat Oder wochenlang Rot zum Teufel sind meine ganzen Löffel Und wie oft muss ich noch neu kaufen Das ist wie mit Hargummis Na gut ihr Lieben Ich weiß nicht ob man uns sieht Du musst den Bildschirm drehen Ja Okay Entschuldigung So ihr Süßen Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video Bleibt gesund Bleibt munter Bleibt vor allen Dingen glücklich Und dann freuen wir uns In den Kommentaren von euch zu lesen Und sehen uns hoffentlich im nächsten Video Macht's gut Bis bald Tschüss 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 Tschüss